Katharina Heinz, nach zwei Jahren sind Sie wieder hier in Winterberg. Wie ist Ihr Gefühl im Jahr der Bob- und Skelettenweltmeisterschaft? Ja, ich bin wieder hier und freue mich natürlich riesig. Klar, Heimweltmeisterschaft hier in Winterberg und da wollen wir ganz vorne sein. Wie ist der Stand der Dinge, der Vorbereitung? Also die Vorbereitung ist gut gelaufen, momentan zwickt es noch hier und da, aber ich denke, das wird bis zum Winter wieder in Ordnung kommen. Man hat eben gehört auch von Alexander Gassner, auch vom Bundestrainer, dass vor allem in diesem Jahr hier der Startbereich intensiv trainiert werden soll. Ja, das ist richtig. Man hat uns oder mir zumindest eine Startzeit von unter 5.00 gesetzt. Ich sage immer, Start ist nicht alles, aber ich habe mich darauf vorbereitet und dann werden wir sehen, was rauskommt. Sochi war ja für Sie die große Enttäuschung. Ist inzwischen diese Enttäuschung gewichen und haben Sie möglicherweise oder wahrscheinlich neue Motivation geschöpft? Motto, jetzt erst recht. Katharina will es allen zeigen. Ja, so kann man das sagen. Also ich habe schon sehr lange Zeit gebraucht, um wieder meinen Weg und mein Ziel zu fixieren. Aber ich bin, denke ich, auf einem guten Weg für die WM und möchte natürlich da eine Medaille holen. Das Ziel ist also für Katharina Heinz eine Medaille in der zweiten WM-Woche, also Ende Februar, Anfang März nächsten Jahres. Alles Gute und vor allen Dingen auch verletzungsfreie Vorbereitung. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.